So, Freunde, ähm, wir sind da auf dem Golfplatz, wir sind wieder da, im Wald. Ja, und hier sind schon andere Leute am Spielen, die wollen uns nicht mitspielen lassen. Nee, die wollen jetzt hier schön eine Partie machen, aber nicht mit uns. Hier ist eine Lootbox. Habt ihr die schon? Zack, nee. Oh, da. Hier, hier so. Lootbox. Lederbeutel. Ja, das braucht man nicht aus. Hier ist auch noch. Oh ja. Bei mir nicht, oder? Doch da. Der Platzwart hier ist wieder vorbeigekommen, weil wir hier unser Zelt aufgestellt haben und ohne Genehmigung. Na, Calvin. Da grinst du, ne? Ich bin ja mal gespannt, Calvin. In den Fetschnuss stand, du hast neue Abilities und nur... Wo hast du mich in der Nase oben? Das nenne ich mal eine Ability. Ja, weil du blutest schon wieder aus den Ohren. Was denn du da? Ja. Alter, haut ihr mich einfach? Ah. Klop. Ja, wir sind komischen Mut verloren. Junge. Hier schweben Sachen in der Luft. Oh. Da hinten kommt auch noch so einer angekrabbelt. Der nimmt jetzt meinen Speer mit. Ja, das war's dann wohl. Da könnt ihr genauso gut jetzt abschalten. Also, ausmachen, meine ich. So, äh, erst mal Medizin hier. Medizin. Schön Ibuprofen reingeknallt. Als wir damals losgegangen sind mit uns zu unserer Höhlenwanderung und Erkundung, sind wir mit einer vollen Knochenrüstung losgegangen. Wie viel habt ihr denn davon noch? Nix. Ich hab minus zwei. Ich hab eins noch. Ich muss meine eigenen Knochen als Rüstung nehmen mittlerweile. Ich find das auch gut, dass du wieder der Opa bist. Ja, bin ich. Oh, Peter Lustig ist back. Der Peter Unlustig. Der Peter. Der Peter Unlustig. Das fand er nicht so lustig. So. Achso. Okay, äh, wir wollten in die Höhlen, ne? Kann das sein? Ja, wir wollten gucken, wo noch Höhlen sind. Wir waren ja aus Höhlen rausgekommen und jetzt sind hier halt so, rechts vom Fluss ist halt so gar keine Höhle mehr angezeigt. Wir wollten trotzdem hier mal rumgucken, ob wir hier noch eine finden. War, glaub ich, der Plan. Ja. Wir sind auch ganz schön viele Wege und wir wissen ja, am Ende von Wegen ist oft was zu holen. Ganz genau. Da müssen wir schauen. Wenn ihr die, wenn ihr die, das, die Map rausholt, habt ihr da auch diese zwei gelben? Ja, sind das unsere Fähnchen, die wir aufgestellt haben? Ach, das könnte sein, ja. Wir hatten uns ja ein paar Sachen markiert, so ein paar Höhlen, wo wir schon waren. Und auch einen Haufen Ausrufezeichen noch. Ja, wobei die bei uns, glaub ich, also wenn das die Ausrufezeichen sind, wo wir diese GPS-Sender finden, dann respawnen die bei uns beiden, ja. Das ist ja nur beim Map-Post, glaub ich, so, dass die wegbleiben. Ja, verstehe. Und einer davon müsste auch von uns selber aufgestellt sein, weil das vier sind. Au! Hat der, der... Ich bin fast tot! Warte, ich komme. Der Ares ist irgendwie, macht sich da unten noch die Schuhe zu. Also so, der macht sich noch frisch. Ja, ich baue Bauten, falls wieder so ein großer kommt. Du musst mal auf Klett umsteigen, Ares, das dauert immer zu lange. Boah, das ist jetzt dumm. Stirb, Junge, stirb! Rauf so rum zu röcheln. Alter, Alter, was ist denn mit dem? Ich habe gerade das im Metall, ich höre dir nur röcheln. Wie das aussieht, Junge. Weißt du, wie du daneben stehst und dann ihn auslacht, wenn er sich quält? Ja, das sehe ich einfach am liebsten. Wir sind freundliche Forscher. Wir bringen die Zivilisation. Aber Junge, der hält doch auch was aus, ey. Ja, du wirst zur Hölle. Oh, weg da, Achtung. So, jetzt ist aber gut hier. Na? Da ist ein Frosch. Ah, nee. Frosch. Der Frosch ist gut. Oh, da sind ganz viele Leute auf. Ah, Lootbox. Lootbox. Lootbox, nice. Was, Lootbox? Lootbox, 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 Lootbox. Ihn, ihr braucht mal, nee, weg. Ih, ey. Du kannst keine Lootbox mehr halten. So ein Fleischkürbis. Ja, der hat so mit so einem Kaugummi, hat der so eine Blase gemacht und die ist geplatzt. Seitdem rennt der so rum. Das ist ein richtiger Hubba-Bubba-Freund hier. Was für ein Hubba-Bubba. So. Oh, kennt ihr noch diese Hubba-Bubba, die so in so einer Schnecke in diesen runden Dingern? Direkt abgebissen. Ich hab die einfach direkt ganz in den Mund genommen. Du hast einfach so reingebissen in die Seite. Ja. Leute, da ist ein Golfcar. Oh. Mach mal den Timmy Hawk. Ich hab den Timmy Hawk ganz vergessen. Vor allem der Opa einfach, ne? Ja. Der macht den krankesten Scheiß. Der Pro-Pa. Der Pro-Pa! Hey, my name is Pro-Pa and this is Jackass. Down, down, down. Oh. Der Stein da rechts sieht ganz schön, also nicht natürlich aus, oder? Vor uns. Ach so, ja, das könnte sein. Aber wir müssen Lucy noch einen packen. Ach, kann sie auch? Da hinten einfach die andere Richtung. Aber wie ruhig das auch ist. Das gibt ja gar keinen Ton von sich. Hast du Sound? E-Auto. Ich höre nur quasi die Reifen. Das ist nicht E-Auto, das ist einfach kein Auto. Du hast ja gar... Also wirklich, ich höre... Oh Gott. Das ist richtig idyllisch. Ich höre gar nichts mehr. Wir müssen aber in die andere Richtung. Ach so, ich will nur schnell zu diesem Stein. Okay, okay. Das ist aus wie so ein Damm oder so, ne? Ah, okay, jetzt. Und Calvin wird in der Ferne immer klein, aber man sieht nur so recht aus dem Walz und eingeboren und hat auf ihn zu laut. Tschüss, Calvin. Wo ist Virginia eigentlich? Die war beim letzten Mal bei uns. Stimmt. Aber ich höre übrigens auch nichts. Also das Auto ist bei mir auch sehr... Ja, das ist richtig schön. War das nicht immer so leise? Also ich höre halt die Reifen nur. Nee, ich höre... Ich habe momentan keinen Spiel-Sound-Laut. Calvin, geh zur Seite. Calvin, Achtung! Calvin! Kevin! Hass auf, Calvin! Ah! Oh! Junge, Junge, der ist aber auch... Ist aber auch abenteuerlustig. Jetzt habe ich Spiel-Sound. Also jetzt höre ich... Rauschen, ne? Rauschen, ja. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Es ist... Wir sind im Himmel. Nicht mein GPS. Ich kann mein GPS nicht nehmen. Das ist ein Problem. Ich würde gerne gucken, wo wir hingehen. Äh, kann ich auch nicht machen. Also links ist der Berg. Ja, ich würde halt gerne bei den Enden von den Wegen gucken. Ah. Ist da eine Klippe? Oh. Im Zweifel steige ich nochmal ab. Ich steige nochmal ab. Ich gucke nämlich auf das Ding. Okay. Ähm. Da ist unser links... Ja, warte mal. Hier ist so ein Ende vom Weg hier vorne. Na, Peter, unlustig. Hast du wieder keinen Witz auf Lager? Nee. Fällt mir doch... Einer fällt mir gerade ein. Ähm. Folgendes ist ein... Äh... Ist ein Mann bei der Prostata-Untersuchung beim Arzt. Aha. Und, äh... Der Arzt sagt, ähm... Keine Angst, ist ganz normal bei diesem Prozess ein Ständer zu kriegen. Eine Erektion zu kriegen. Aha. Und der, äh... Patient sagt, ja, aber ich hab gar keinen Ständer. Und sagt der Arzt, ja, ich aber. Ja, gut. So. Okay. Nice. Oh, Herr Ober, da ist ja ein Muster auf meiner Suppe. Um was die Zuschauer nicht wissen, das war jetzt kein Witz, sondern eine Erfahrungsstory von mir. True Story. True Story. Lass mich durch, ich bin Arzt. Lass mich durch, ich bin durch. So. Wie steige ich nochmal aus? Äh, geh. Für immer gefangen auf dem Ding. Okay. Ah! Nein! Das sind die Wege, die zu nichts führen. Verdammt, wo kommen wir hier weiter? Lucy, wie weit bist du schon? Ich gucke hier gerade bei diesen Wegen, aber hier ist nichts. Sagen wir gehen da hin. Zu diesem kleinen See da vorne. Schritte im Wald, das gefällt mir nicht. Aber kennt der Däner, ist auch ein Klassiker. Ist so ein Mann beim Fleischer und sagt, ich hätte gern was von der groben Fetten. Ja, das kenne ich. Das hast du, glaube ich, bei irgendeinem anderen Projekt erzählt. Ja, das kenne ich. Aris, kennst du den schon? Nee. Ja, und dann sagt der Fleischer halt, er hat heute Berufsschule. Nix. Willst du einsteigen? Ja, eigentlich schon, ja. Vielleicht ist hier irgendwas in dem See und wir können da runtertauchen. Dabei fällt mir ein, weil wir brauchen dieses Tauchgerät. Oh, ja. Guck mal, nimm hier links die Klippe gleich. Sind wir schneller. Oh, da ist ein See. Ach, wirklich? Oh, ich glaube, da hängt ein Skelett, habe ich. Oh, schön. Aber es ist immer noch ruhig. Ja. Es ist allgemein, also irgendwie kommt es mir heute allgemein sehr ruhig in den Spielen vor. Mach nicht so schnell, mein Jungchen. Dann schiebt mir noch der Schrittmacher raus. Oh, du bist gewiss. Da ist noch ein Golfcar. Wie geht das wieder? Ich habe, glaube ich, hier so, weiß ich nicht, Zeugen Jehovas gefunden oder irgendwie sowas. Nice. Den sagen wir mal hallo. Die haben hier ihre Broschüren und sowas. Ich glaube, Ares war das. Die sind hier mit Steinen platt gemacht worden, glaube ich. Oh, oh. Wie liegt die Broschüre? Ja, dann mache ich mich nicht. You will find meaning in life again. Broschüre, immer gut. We can help you. Tanz of the Stars. Nice. Free Events. Das klingt schon mal gut. Ich brauche Katzenfutter. Wisst ihr, wie ich aussehe? Ich sehe so aus, als wäre ich in all meinen Online-Profilen 14 Jahre alt. Was heißt das X auf der Karte? Haben wir uns da was markiert? Bestimmt, ne? Ja, ja. Da kann man nicht schaufeln. Stimmt, ja. So, ich habe die alle vergraben. Das sind ganz viele Golfcarts. Mhm. Auch ein Golfcard. Äh. Wir sind zu Hause für die Sammlung. Ja, vor allem in einer Hand so. Richtiger Fingergrip. Muss doch irgendwo noch eine Höhe oder sowas mal sein. Hm. Ja, gerne. In die Richtung, dann können wir an der Küste vielleicht nochmal lang gehen. Und dann haben wir eigentlich die Ecke, glaube ich, hier erkunden. Wer ist da vorne dann? Wenn wir hier so viele Cards haben, dann muss sich wohl jeder eins holen. Äh, aber Rennen fahren über die Insel. Äh, jetzt geht das nicht mehr. Ich glaube, der hier war beim Golfspiel betrogen. Wieso, was haben sie mit dem gemacht? Ähm. Seine Arme und Beine abgehackt, seinen Brustkorb aufgerissen, seinen Kopf abgehackt und den Kopf in den Brustkorb gesteckt. Ich hoffe, das reicht an Beschreibung. Ja. Und hier haben sie einem den Kopf aufgespießt und in seinen Kopf haben sie ganz viele Finger gesteckt. Boah, diese Jugend. Die Jugend von euch. Ach Mensch, die Rasselbande. Hier gibt es einen Golfschläger. Wut, wo? Oh. Hier bei mir. Ja, ich bin ein Golfschläger. Putter. Golfschläger. Wo ist er jetzt? Ich bin schneller. Oh. Ich bin gerade umgefangen. Hä? Ich bin doch an dir vorbeigefahren. Was? Ich habe irgendwie gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal auch. Ich bin echt an dir vorbeigefahren. Wirklich, ich schwöre. Wo ist der Golfschläger? Ich schwöre. Ah, Lucy. Oh Gott. Hä? Jetzt warst du gar nicht bei dir. Ich bin voll in dich reingekrachelt jetzt. Wenn du einen Golfschläger, wo ist denn der jetzt im Inventar? Ich will heute Golfschläger. Putter. Nice. Zählt man damit auf den Sand und dann macht der so. Lol, man kann Golf. Lol. Wie hier Golf? Bälle rum kann man wirklich Golf. Man kann vielleicht mit Köpfen abgeschlagenen Köpfen Golf spielen. Wo ist der im Inventar? Rechts. Neben den Sperren. Neben der Axt. Ah. Den hier hat es auch weggerafft. Hier ist eine Batterie. Ich bin immer voll mit Batterien. Vielleicht mit so einem Tennisball oder so? Oh, diese Tennisbälle. Lol, hier sind ganz viele Rehe. Wir können Rehe so als Bait benutzen, um Kannibalen anzulocken. Nice. Ah. Na, ihr Ringer. Die Leute sind irgendwie langsamer als früher. Haben die langsamer gepatcht? Hm. Ja, ganz cool. Die waren nämlich immer zu sch- Hä, die Tiere sind voll langsam jetzt. Hä? Na, gut für uns. Gut für uns. Aber die waren da sonst immer so speedy unterwegs. Ja. Also ich habe auch letztes Mal gemerkt, dass die mit einem Sperr hoch ist. Sterben nicht mehr. Tausend aus. Da hinten ist auch wieder ein Golfkar. Da ist da noch was zu looten. Da haben wir drei. Ich glaube, das ist hier einfach nur ein riesiger Golfplatz. Hier muss ich erscheinen. Hier muss ich erscheinen. Oh, ah, ich muss da auch reintauchen. Warte. Ja. Ich war so blutisch. Ah. Bro. Das macht ihr eigentlich schon wieder da. Scheiße, kriegen wir das irgendwie raus? Oh, ich sehe auf der Möpfchen so ein Timmy Hawk Ding angezeigt. Oh, Timmy Hawk. Da habe ich ganz vorne mit dabei. Hundert. Guck mal hier, auf der Möpfchen angezeigt. Oh, guck da. Die erschrocken. Was war? Äh. Besuch? Ja, Besuch. Guck mal, da vorne sind so Blätterhaufen. Ja. Und die sind in den Blätterhaufen drin. Ich bin so neben so einem Blätterhaufen gegangen und dann sind die einfach da rausgesprungen. Hier, da. Zack. Hä, aber wo ist denn das? Hier ist das. Hier, hier. Aber leider nur eins. Komm her. Ja, bei mir gehen die Dinger ja eh nicht, weil es dann Framer-Röte gibt. Nää. Uuuck. Uuuh. Oh, ich habe einen Tennisball, Golfball gesammelt. Nice. Schmeckt die Medikamente. Oh, das... Können wir vielleicht erst die Typen hier töten? Ja, ich versuch's grad von dem... Bevor sie mich töten. ...von dem... Ach so, du machst ne Challenge da draus. ...vom Dingsgerät. Ja, aber das Aiming geht ja gar nicht damit. Holy moly. Ah! Bleib hier! Ah, du hast mich überfahren! Da ist noch ein Timmy Hawk, ne? Wenn er wollt. WOOOOO! Baby! Ja. Pilze? Pilze gibt's hier. Aber hier ist echt nur Golfplatz, ne? Hier ist einfach sonst nix. Ja. Gefühlt die halbe Insel, ne? Braucht nicht, dass hier dann irgendeine Höhle oder sowas ist. Aber in die Richtung wollen wir gar nicht weitergehen. Ne, das ist wirklich so ein... ...so ein... ...Inselparadies hier. Ne, die nächste Höhle wäre... ...da drüben, ne? Also... ...wo der Strand ist. Ja, hier ist als... ...da waren wir, glaube ich, aber schon. Und hier war halt so gar nix angezeigt. Deswegen dachte ich ja vielleicht, hier ist irgendeine Höhle vielleicht noch versteckt. Da unten am Strand hier sieht's auch so, als ob da irgendwas wäre. Ja, vielleicht mal da runter gehen und gucken. Sollen wir mal so eine Seilrutsche versuchen zu spannen, dass wir wieder hochfahren können? Ja, das klingt eigentlich ganz cool. Könnte man auch machen, ja. Oh, verdammt. So. So, wieder... Oh, Alter! Da ist so ein... ...so ein Orca oder so gerade aus dem Wasser gesprungen. Was? So ein Wal! Also so ein... Jetzt erfleisch dich jetzt... Jo, da hinten ist so ein Killer mal! Holen wir den? Ah, es sind zwei. Holen wir den! Ja gut, ich komm gleich zu, ne? Ich weiß nicht. Wollen wir da rausschwimmen? Oh, ich hab Angst. Also... Oh, ich hab richtig Schiss. Free Willy! Ich komm... Komm schon, Willy, komm schon! Ich schwimm mal hin und gucken, was passiert. Ich schwimm mal hin und gucken, was passiert. Ich schwimm mal, guck mal, was passiert. Ganzes Inventar. Berühmte, letzten Worte. Ganzer Timmy weg. Jetzt seh ich die nicht mehr. Wo seid ihr? Ich will mit euch schwimmen. Bin einer von euch. Brammt, ich seh die nicht mehr. Oh, okay, das ist sehr unheimlich. Das ist wirklich sehr unheimlich. Seh die leider auch nicht mehr. Ich seh sie nicht mehr, weil ich wieder zurückschwimmen. Ich schwimm auch nochmal ganz kurz zurück und guck, ob ich die wieder von Weitem sehe. Ich habe das Gefühl, je näher wir kommst, desto mehr von denen sind verschwunden. Sie sind etwas scheu. Ne, bei mir sind die jetzt auch weg. Oh, wie der Sand, wie nass wird und dann wieder austrocknet. Wett. Ja, von der Wolle. Ach, krass. In jeder grafischen Sache siehst du jetzt irgendwie so etwas voll krasses. Das war ja nicht so dieser Nebeneffekt von dem GTA 6 Trailer. Das ist jetzt alles nur noch krass. Ja. Das Reifenprofil, wow. Diese Grafik. Da hinten sind sie wieder, die Killerwahler. Oh, da ist er wieder hochgesprungen. Ein Stück Holz, was ist das? So, was sagt die Karte? Also, da ist halt eine Höhle am Strand, wenn wir jetzt in die Richtung weitergehen. Ja, genau, ganz da hinten. Aber das dauert halt immer ewig, bis wir da sind. Ich habe immer noch keine Babyschildkröte gesehen. Ja, die war auch so mini. Also, das war wirklich Glück, dass ich die gesehen habe. War so groß wie so ein Kiesel. Was? Wie gut mit Timmy Hawk bist du natürlich schnell unterwegs. Ja. Alles bin ich vermisst. Komm, Lucy, ich nehme dich auf die Schulter. Das geht schon. Der Opa, der hält noch. Hier ist ja eh nicht. Alter! Der ist Cyborg da vorne. Ja. Opa Cyborg. Oh, ich bin jetzt mal hoch. Ah! Ist meine Hüfte gebrochen. Ja. Mein Holzbein hat sich verkeilt. Boah, schade, dass die so ein Speed-Limit haben, ey, wenn wir mit denen irgendwann so Lichtgeschwindigkeit so wumm über die ganze Insel. Okay, es ist Zeit für Timmy Hawk. Oha, der Nebel, rechts ist neu, oder? Ja. Oh ja, stimmt. Ja, stimmt, im Patch-Naut stand doch, glaube ich, irgendwas von Nebel. Oh, hat's gewittert? Ja. Und es regnet. Platzregen. Es ist Zeit für Timmy Hawk. Boom. Timmy Hawk. Au. Okay, hier kommt ein Weg an, der führt dann einfach nur an. Und dann. Warum kann ich eigentlich nicht mehr ein GPS-Ding benutzen? Soll ich kurz anhalten? Nee, ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Okay. Aber die Felswände kommen wir eh nicht hoch. Hier sind noch so Kisten. Kisten klingt gut. Also mit so Seier. Das Felswand. Ja. Schwimmbeste. Ah, ne. Oh, das wär so geil. Für die, die halt nicht schwimmen können. Ist es auch? Ich weiß nicht, kommst du hier mit dem Kart? Kommst du wahrscheinlich nicht weiter, ne? Oh, shit. Alter. Ähm. Ich versuch's mal. Da ist ein Schiff. Da ist ein Schiff. Timmy Hawk. Timmy Hawk. Timmy Hawk. Äh. Boom. Nice. Das ist ja schick. Oh. Oh, wie das auch wieder viel geiler aussieht als das Boot im ersten Teil. Ja schon, ne? Ich bin hier auf die Segel rauf. Äh. Ne. 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 Kann man doch nicht hoch. Na jetzt. Gibt's ja was? Oh, eine eckige Tasse. Hochinteressant. Lol. Oh nice. Da hat jemand so'n Kränzchen aufgehängt. Wo? Ja, an dem Steuerrad daneben. Ah. So. Was gibt's denn hier Feines? Ist das... Oh, ne Kamera? Action-Kamera! Neue Videoaufnahmen gefunden! GoPro! Cooltest Arrival. Okay. So, jetzt. Wo ist sie? Und das kann man sich jetzt angucken oder was? Hm? Kann ich euch jetzt auch filmen? Das ist schon lustig. Ah ne. Weil die Kultisten sind mit diesem Boot hier gekommen. Aha. Keine Ahnung. Interessant. Ja. Und das hier. Kultzeichen gesammelt. Hm. Hübsch. Mh. Hübsch. Da muss man sich auch mal groß angucken können. Okay, nice. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das ging nicht gut. Oh, ja. Ich bin hier gerade hinter dem Bett stecken geblieben. Ach, scheiße. Oh, wo bist du stecken geblieben, mein Junge? Hier ist noch Zahnpasta und sowas. Digga, helf dir raus. Ah, ha, ha, lass mich raus. Du bist ja schon groß geworden. So. Blauer sonst ist hier nichts, oder? Nee. Das hier ist noch Energy Drink. Conspiracy Theories, okay. Hm. Schöne Zeichnung. Ja, kennst du das? Kennst du da irgendwas? Nee, ich hätte gedacht, das ist vielleicht ein Zeichen von Timmy, aber... Oh, lol. Hier ist noch ein Boot. Komm. Oh. Also glaubt ihr, glaubt ihr, dass Timmy, dass wir Timmy hier auf der Insel finden? Weil wir sind ja nicht Timmy. Ja. Also, obviously. Ja. Ja, ganz cool. Äh, also, da muss ja Timmy sozusagen vorher schon hergekommen sein. Nee, schon, ja. Aber warum halt, ne? Also, sein Vater ist ja zu Hause. Also, ich glaube, am Ende vom ersten Teil hatte er so verschiedene Inseln, ähm, auf seiner Pinnwand. Ja. Vielleicht sind die ja auf einer von hinten. Ja. Ihr liest ein Buch? So. Good times. Noll. Noll. Das Reich jenseits. Non-Believer. Lucy, was hast du an? Ja, also, ich hab hier nen Pyjama gefunden. Schick. Mensch. Ja. Schön, Mensch. Ich glaube, die wurden hier umgebracht, weil die nicht belieft haben. Oh, das ist ja schön, meine Kleine. Zeig dich mal. Oh, das gefällt dem Opa. Oh, das ist so ekelhaft, ne? Auch wenn man das nur spielt, ist das so reulig. Ja. Wie habt ihr die Glühbirne? Äh, ja, ich hab glaube ich Glühbirne aber voll gehabt irgendwie. Was? Kann ich damit machen? Weil hier, der liegt hier auf dem Bettchen drin. Und so ganze Müllsäcke liegen. Oh, guck mal, Opi hat sich auch umgezogen. Mensch, guck mal. Und da ist noch Hagen da, oder was? Ramen-Nudeln. Okay. Goodbye, everybody. I've got to go. Oh, das steht da hinten. Non-Believer. Don't stop believing. Wo ist Calvin? Ein Klassiker, Junge. Calvin? Wo ist Calvin schon wieder? Der ist irgendwo da ganz hinten. Ich will gucken, ob man Calvin den Pyjama anziehen kann. Oh, Stiffen. Dann können wir ihn immer besser erkennen. Dann leuchtet der so ein Pink aus dem Wald heraus. Das ist ja noch gar nicht mehr so ganz krass ewig weit weg von da, wo wir schon mal waren. Ja. Ist das hier ein Weg, dieser gelbe Strich? Ich fahr mal irgendwas hin. Ich fahr mal ein Stück hoch, ob wir da irgendwas... Ich kann auch kurz mal kurz düsen, ob da was abgeht. Ich glaube, wir müssen eh da hoch, weil hier kommt man nicht mehr in den Felsen rum. Ja, das war schon schön. Ja, aber ich glaub hier ist... Sowieso da hochgehen, da geht ja auch noch ein Weg lang. Dann könnt ihr mit dem Weg folgen und dann hinten am Strand wieder runter. Ja. In der Höhle. Oh, ich muss mal kurz... Oh, ist das laut, Junge. Ist das laut! Ist das laut! Ist das laut! Der Nase der Opa! Warte mal... Warte mal, lass uns mal genauer angucken. Sagen wir mal, leuchten bei euch die Bäume auch so, als ob die brennen würden? Ja, ja. Echt? Du hast ihm das Wein abgefahren! Jetzt ist er wehrlos Jetzt stehst du auf ihm drauf Oh Moment Jetzt ist er tot Ja, gut so, gut so, gut so Noch ein Stück zurück, nee, so ist gut Geht der, geht der? Der geht, der geht Warte, ich fahre auch nochmal hier Ich kann es dann fein als Andenken mitnehmen Virginia Bei Regen ist dein Outfit nicht vorteilhaft Uh, zeig, 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 zeig Also so gar nicht Oh nein Hör mir ne kleine, hast du schon nen Freund? Dein, dein Fahrzeug Nein, nein 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 Es Virginia Mountain Mama Fake me home Huntry road Oh, jetzt fahre ich hier durchs Dunkel, ey Ja, sollten wir gleich nochmal pennen Hm Wollen wir hier ne Plane aufschlagen? Ja, will ich schon fragen Ey, das hat doch keinen Sinn so Das sieht aber schon geil aus, wie das Kart so durchs Dunkel kommt Naja Du hast, ähm, das weiße Licht vorne, hinten rot und dann dein Feuerzeug noch nie Ja Oh ja, jetzt geht auch der Akku leer Was geht leer? Achso Akku von dem Kart Ah Keine Sahne Ah Ja, pass auf, dann bauen wir einfach, ich baue mal so ne Plane hier hin Ich hab schon eine hingeschmissen Achso Wie bist du denn? Zack Ach hier Okay Speichern Schnappen joking Eing Nice Schnapp Danke Es Ja Schön Schnapp Ich Vielen Dank.